Die Stimmung ist gut an den Märkten und daran scheint sich vorläufig auch nichts ändern zu wollen. Wir haben heute ganz gute Nachrichten bekommen, zumindest mal für alle diejenigen, die eher bullisch eingestellt sind und sagen, Mensch, jetzt wäre es klasse, wenn die Zinserhöhungen mal ein bisschen Pause machen. Davon kann man dringend ausgehen. Erstens hat es der Markt schon eingepreist und die Zinsrate der FED, die morgen ja eventuell verändert wird. Die Spanne, die liegt zwischen 5,0 und 5,25. Der jüngste Ablesewert der 3-Monats-T-Builds, der lag bei 5,11. Also ziemlich mittig, da wird sich sicherlich nichts tun. Also Pause ist angesagt. Ich gehe davon aus, dass sich auch mit den aktuellen Zahlen da nichts geändert hat, dass die FED wirklich senken würde. Das ist wohl weniger realistisch, aber gucken wir ganz kurz drauf, was es da an Zahlen gab. Erwartungsgemäß, die Kernrate, da hat sich nichts geändert. Ein bisschen besser sogar als erwartet. Die monatliche und die jährliche Lesart hier des CPI, also des Consumer Price Index, ein bisschen sogar besser als erwartet. Na gut, ob uns das gleich in Rage versetzen soll, weiß ich nicht. Aber die Marktteilnehmer sind entsprechend weiterhin bullisch. Aber es gibt auch im Moment nichts dagegen zu sagen. Es ist charttechnisch eigentlich relativ deutlich, dass die Marktteilnehmer nur nach oben wollen. Und so kann man eigentlich davon ausgehen, dass beim Nasdaq früher oder später das Allzeithoch eben fällt, beziehungsweise Dow Jones 38.000, DAX die 18.000. Das sind ja alles Marken, über die wir schon gesprochen haben. Das ist nicht sicher, das ist nicht garantiert, aber es sieht aktuell sehr, sehr realistisch und wahrscheinlich aus, wenn man sich das Verlaufsmuster des Charts anguckt, allemal. Gucken wir ganz kurz im Nasdaq auf das aktuelle Geschehen. Wir müssen natürlich damit rechnen, dass jetzt irgendwann mal ein Päuschen kommt. Das fände ich eigentlich ganz schick. Ich denke da an sowas, was wir hier hatten. Ich mache es mal groß. Das ist schon eine Weile her. Das ist jetzt keine Ankündigung, dass das sofort passiert. Aber für alle Langzeit-Bullen, die jetzt sagen, ich weiß aber nicht so genau, dann solltet ihr mal diese Abwärtsbewegung im Hinterkopf behalten, dass es irgendwie in ähnlicher Größe ist, sollte euch dann nicht schocken. Das muss jetzt nicht exakt diese Marke, also die ist jetzt nicht millimetergenau. Super, ein Millimeter tiefer mache ich den Stop. So ist das nicht aufzufassen. Das ist nur so eine Orientierungsgröße. Eigentlich muss ich allerdings sagen, fände ich es noch schöner, wenn wir vorher noch mal so eine Rücksetzer, den meine ich nicht, sieht auch schick aus, ist aber was anderes, so einen Rücksetzer hier bekämen. Also von dort nach hier unten gemessen. Diese Größe, damit das so halbwegs im Muster bleibt. Also sprich, dann hätten wir hier das, dann hätten wir diese Pause, dann hätten wir das, dann hätten wir wieder die kleine Pause und noch mal einen Anstieg und anschließend erst wieder diese Pause. Also das wäre mir fast noch lieber, dass es in etwa so aussieht. Wären aber alles bullische Szenarien und würden dafür sprechen, dass wir nachher noch mal nach oben gehen. Also erlaubt, dass der Markt auch mal eine Pause macht. Das ist jetzt keine Ankündigung. Vorsichtig, morgen geht es runter. Das kann ich jetzt im Moment nicht erkennen. Es könnte sich heute im Laufe des Tages noch eine Wendekerze hier oben, ein Shootingstar bilden. Wer jetzt sagt, das sieht doch schon so aus. Ja, aber der Tag ist ja noch nicht rum. Also insofern, das ist noch zu früh, um das zu sagen. Und das alleine dreht nicht zwingend den Markt. Hier hatten wir ebenfalls so eine Wendeanzeige und da hat es auch noch für zwei Tage gereicht mit tieferer Notierung. Anschließend ist der Kurs weiter nach oben. Aber wundern würde es mich nicht, wenn der Kurs das dann irgendwann mal tatsächlich macht. Wäre das für die längerfristigen Bullen unter euch, die etwas langsamer unterwegs sind, nicht dauernd rein raus wollen. Kein Drama, solange diese Größenordnung, die ich euch eben gerade eingezeichnet habe, also der Kurs oberhalb von 14.000 bleibt, wäre alles in Ordnung. Wem das zu weit weg ist, wer sagt, oh, da sind wir mit so viel Gewinn wieder verloren, 1.000 Punkte, die würde ich dann doch gerne mitnehmen. Dann habt ihr die Möglichkeit natürlich mit irgendwelchen Nachziehmechanismen einfach dran zu bleiben. Aber je nachdem, wie eng ihr hier unterwegs seid, kann es natürlich sein, dass ihr auch manchmal versehentlich rausfliegt, obwohl der Trend übergeordnet noch läuft und ihr dann halt wieder rein müsst. Das ist so, dass die Krux, dass ihr euch entscheiden müsst, ob ihr entweder sagt, ich mache hier den Lazy Guy und der wird schon laufen oder dass ihr möglichst viel immer absichern wollt und müsst ihr halt notfalls immer wieder mal rein. So, aus meiner Sicht sind aber alle Szenarien im Moment noch nach oben gerichtet. Vielleicht für Intraday, naja, ich weiß noch nicht, ob das jetzt Intraday für ein Shorty reicht. Also ich hätte jetzt Intraday, wenn das ungefähr so, und wechseln wir mal da schnell, wie das auch aussehen kann, wenn das Intraday irgendwie so ist, also latent hat man den Eindruck, aber dann müsste ich noch sowas hier haben, dann würde ich sogar hier in diesem Bereich nochmal die Short-Seite fliegen wollen. Also das fände ich gar nicht so schlecht, wenn er das macht, aber dann bräuchten wir hier wirklich eine schöne ABC-Situation und dann wäre das ein Teilzeit-Short. Ich weiß, dann schimpfen wir immer alle, das ist aber blöd, das ist doch gegen die Marktrichtung. Ja, es geht ja auch nur darum, wenn der Markt hier mal eine Pause macht. Sowas kommt hin und wieder vor. Dafür bräuchten wir hier aber was Korrektives. Das, was wir hier sehen, ist mir nicht korrektiv genug. Also ich würde hier nicht freiwillig jetzt auf die Short-Seite wechseln. Es bleibt für mich vorläufig die Long-Seite-Trumpf. Wie sieht es beim S&P aus? Grundsätzlich natürlich genauso. Auch hier früher oder später jetzt die Erwartungshaltung, nachdem wir ja dieses letzte Tief, wir erinnern uns, das ist hier im Wochenchar, das, was hier eine korrektive Abwärtsbewegung. Jetzt haben wir es dann hier im Future-Manal wirklich deutlich gemacht, dass wir da drüber sind. Das ist immer so ein bisschen so eine Sache, wenn man die Future-Kurse anguckt, bei Continuous Contracts, also bei den fortlaufenden Kontrakten, gibt es ja immer so kleine Sprünge. Hier sieht man das nochmal, falls ihr sowas noch nie gesehen habt. Das ist dann der Kontraktwechsel von Juni auf den September-Kontrakt. Nichtsdestotrotz ist das natürlich so ein bisschen eine Orientierung, hat er es jetzt geschafft oder nicht. Und naja, also ihr seht, das sind jetzt eigentlich Indizien. Naja, wir sind im Bullenmarkt und werden wohl auch das letzte Zwischenhoch hier nochmal rausnehmen. Also 4.800 sehe ich realistisch, dass wir da nochmal drüber gehen vorläufig. Das heißt nicht, dass es jetzt in einem Schwung hochgeht. Es gilt natürlich hier genau das gleiche Grundprinzip, dass hier mal ein Rücksetzer kommen kann. Das kann man eigentlich jederzeit erwarten. Jetzt muss man dazu sagen, jederzeit erwarten heißt nicht, das passiert jetzt sofort. Das heißt, es kann sofort passieren, wenn ihr enger stoppen wollt, um möglichst viel abzusichern. Zieht halt ein bisschen enger nach. Das kann, anders als ich es eben gezeichnet habe, auch im 4-Stunden-Chart beispielsweise sein. So habt ihr eine relativ leichte Möglichkeit, einigermaßen eng dran zu bleiben und habt viel für euch abgesichert. Wenn ihr das hier so machen wolltet, wäre jetzt aktuell zum Beispiel im 4-Stunden-Chart beim Future September-Kontrakt 4.360 in etwa, oder 60,50, hier eine Möglichkeit, das zu machen. Das ist nicht immer optimal. Aber wenn man hier mal so guckt, immer so in Trendbewegung, stellt man fest, ja, nicht optimal, ganz doof ist es auch nicht. Und wenn ihr sagt, naja, aber da muss ich ja dauernd wieder rein, wenn der Kurs dann weiterläuft, dann wisst ihr, ah, ihr seid die Fraktion, die ein bisschen weniger aktiv sein will. Das ist überhaupt nicht zu kritisieren. Aber wenn ihr diese Entscheidung fällt, dann müsst ihr natürlich sagen, okay, entweder ziehe ich dann im Großen nach diesem Mechanismus nach und muss dann eben auch akzeptieren, dass es vielleicht mal 200 Punkte runtergeht, bis mein Stop dann greift. Oder aber ihr guckt, wie groß waren vorherige Rücksetzer, orientiert euch da so ein bisschen dran und sagt, ja, und sagt, heute habe ich es nicht so richtig im Griff, das hat sich hier so ein bisschen geändert. Ja. Oh Mann. Zieh den alten Mann hier vom System. So, also zum Beispiel so ein Rücksetzer, dann müsst ihr damit rechnen, dass mindestens die kleinsten Korrekturen irgendwie auch dieser Größenordnung sind. Wenn ihr es jetzt nicht seht, 4.277 wäre das Vergleichsbeispiel hier, was gar nicht so weit weg liegt von dem, was wir, naja, ein bisschen tiefer sind die hier schon noch. Also ihr seht, das sind so Orientierungsmöglichkeiten. Wenn ihr sagt, irgendwas muss ich doch jetzt machen, ja, dann sollte das vielleicht so in dieser Größenordnung sein. Nicht mehr gut wäre, so ein Unterschreiten dieser Zwischenhochs hier bei 4.200, das würde ich ungerne sehen. So könnte ich immer nämlich noch mich rausreden und sagen, wieso? Solange es jetzt hier mal eine Pause gibt, sind wir überlappungsfrei, also voll im Haupttrend. Wenn er jetzt hier runter käme, irgendwie so runter, dann wären wir nicht mehr überlappungsfrei. Im Gegenteil, wäre dieses Teilstück dreiwellig hier mehr oder weniger. Da sind alles keine so tollen Anzeichen. Würden mich mindestens verwirren, wenn ich sogar unlustig mache, was die Long-Seite angeht. Kleinere Rücksetzer könnt ihr vielleicht für Longs noch mal nutzen, ja, auf Tagesebene sowieso, aber gucken wir noch mal eine Stufe kleiner. Wenn ihr hier so was habt, im 5-Minuten-Chart sehe ich es jetzt im Moment ehrlich gesagt nicht. Hier war zum Beispiel so was, wo man sagen kann, das ist so was halbwegs dreiwelliges. Das sieht man nicht immer, aber wenn man das sieht, wenn man es erkennen kann, also ich erkenne das auch nicht immer, zweifle dann nicht an euch selber. Manchmal sieht das doof aus und völlig wöhr. Dann lehnt man sich halt zurück und guckt sich einen anderen Kontrakt an. Aber wenn es deutlich ist, dann hat man hier gegebenenfalls Einstiegsmöglichkeiten. Andere Kontrakte könnten dann zum Beispiel der Dow Jones sein, dass man sagt, wie sieht es denn da aus? Übergeordnet. Ich mache es noch mal einmal groß, um es noch mal deutlich zu machen. Das hier ist im Tageschart. Schub nach oben, A, B, C runter. Eigentlich sind wir jetzt dran, hier zu triggern mit Erwartungshaltung Richtung 38.000. Wir hatten vor kurzem schon drüber gesprochen. Naja, 1, 2, 3, 4, 5 und wieder wackelig runter hier. Der Trigger und die Möglichkeit hier nach oben. Ich hatte leider nicht die Möglichkeit, euch den Trade als Trade des Tages beziehungsweise per Screenshot in Born for Trading zu schicken. Aber ich habe so häufig in diesen Videos genau auf diese Marke hingewiesen. Ihr habt es mit Sicherheit mitgekriegt. Und dementsprechend haben wir den Trade so besprochen. Ich war leider zeitlich nicht in der Lage, euch das anders noch mal aufzubereiten. Aber so habt ihr die Möglichkeit gehabt. Sonst kriegt ihr es ja auch noch mal in schriftlicher Form immer, falls ihr die Marken nicht selber rausfindet. Aber wir haben sie so häufig rausgearbeitet, sollte eigentlich kein großes Problem gewesen sein, das zumindest nachzuvollziehen. Wenn man Trade verpasst hat, ist das kein Weltuntergang. Aber man sollte zumindest nachvollziehen können, was man da gesehen hat. So, und wenn wir uns das, was wir hier haben, noch mal angucken, dann bin ich da schon wieder glücklich mit. Denn das sieht im Moment, hier wackelig, da hätte man auch einsteigen können, im kleineren Chartbild, jetzt wieder 5 wellig aus, ohne Überschneidung. Dieses Tief ist höher als das. Also wieder überlappungsfrei. Das heißt, meine nächste Erwartungshaltung ist, dass wir wieder mal einen Rücksetzer bekommen. Ich zeichne ihn mal ein, aber unter einer Bedingung. Ihr dürft nicht davon ausgehen, dass das nur, weil ich es jetzt eingezeichnet habe, das hoch bleibt und der Kurs jetzt wendet. Das ist ein Beispiel, wie ich das zeichne, wenn der Kurs so ein bisschen runtergekommen ist. Im Moment kommt er aber nicht runter. Das heißt, im Moment macht es kaum Sinn, das zu zeichnen. Das ist jetzt so ein bisschen ein Übungsbeispiel, damit ihr das auf eigene Faust gegebenenfalls messen könnt. Nehmen wir mal an, der Kurs klettert doch noch ein bisschen weiter. Dann wisst ihr, ihr messt vom tiefsten zum höchsten Punkt und bekommt dann hier ein paar Fibonacci-Linien. Aktuell liegen sie hier so um die 33,900 bis 33,400 in etwa und ihr wisst, eine Lieblingsrücksetzerzone wäre ungefähr 38,50, 61,8er Marke in der Richtung und das müsste korrektiv sein. Sprich, wenn der Kurs tatsächlich hier korrektiv irgendwie dann reinwandert, dann wäre hier schon wieder eine Long-Möglichkeit. Nichts anderes als das, was wir hier hatten, der war zugegeben relativ niedrig, aber eben sehr, sehr korrektiv und dementsprechend eine Chance oder eben was wir hier hatten. Zack, das. Es ist exakt das Gleiche, nur dass das jetzt eine andere Zeitebene ist und das, was wir hier so halbwegs als ein Fünfweller ausgemacht haben, hier eben ein, zwei, drei, vier, Fünfweller ist. Also ihr seht, das ist jetzt nicht irgendwie was anderes, noch nie da gewesen ist. Es wäre das gleiche Szenario. Können wir jetzt damit rechnen, dass das passiert? Ja, sind wir mal wortwählerisch? Ja, rechnen können wir damit, aber wir sollten damit nicht traden. Also bitte jetzt kein Short eröffnen im Sinne, der fällt da jetzt runter. Noch sehe ich keinen Anlass dazu. Das kann sich ändern. Das würde sich ändern, wenn der Kurs Schub nach unten macht und wackelig nach oben. Dann haben wir ähnlich, wie ich es beim Nasdaq beschrieben habe, hier die Short-Möglichkeit sogar für die Intraday-Freunde hier den ein oder anderen Trade zu machen. Gucken wir mal ganz kurz. Noch, ja, theoretisch wäre das etwas, wenn der Kurs hier durchgeht. Warum? Weil die Abwärtsseite, also wir sind im Fünf-Minuten-Chart. Ich rede jetzt nur davon im kleinen Bild und den kriege ich jetzt nicht mehr weg. Gibt es ja gar nicht. Doch, jetzt kriegen wir alle weg. So, also, das ist die starke Seite hier und das ist die dreiwellige Seite und das wäre der Trigger für die Short-Seite in diesem Fall. Es gibt noch so ein, zwei Bedingungen dazu, die wir uns dazu angucken sollten, nämlich, ihr erinnert euch, Fibonacci, höchste Punkt messen, tiefste Punkt messen und eigentlich müsste er hier dreiwellig reinlaufen. Das hat er eigentlich nicht so richtig gemacht. Na ja, wenn ihr das so aufgefasst habt, wäre hier vielleicht noch ein Trigger, hat er ja auch nicht getriggert. Für meinen Geschmack, aber ich bin da hardcore mäßig unterwegs, er hat hier, wenn auch winzig, aber wenn ihr mit der Lupe drauf guckt, das überschritten. Das heißt, für mich ist das jetzt kein Trade mehr. Dementsprechend würde ich euch das natürlich gut empfehlen, tue ich eh nichts, darf ich auch nicht, will ich auch nicht, aber für uns ist das jetzt kein Short-Trade mehr, obwohl ich eigentlich diese Richtung immer noch ganz gut finde. Zwei Gründe, warum das kein typischer Short-Trade an dieser Stelle für mich ist, wenn er das durchstoßen hat. Grund eins ist, die Wahrscheinlichkeit, dass er jetzt so runter geht, ist deutlich geringer geworden. Das hat was mit Verhaltensmuster-Wahrscheinlichkeiten zu tun und wenn er diese Marke erreicht, dann ist die Wahrscheinlichkeit für irgendwie sowas liegt bei unter 10%. Das ist nicht so schlecht, aber zugegeben, da würde man jetzt nicht super begeistert von sein und sagen, oh, dann mache ich doch das mal. Und das Zweite ist, dass natürlich für solche CRVs, also Chance-Risiko-Verhältnisse, von dem gemessen nochmal hier runter, also der Zielerwartung 1 zu 1, das ist ja immer so diese Mindestzielerwartung, hier hin, dann seht ihr schon, wenn ich hier trigger, dann ist meine Stop-Weite und meine Zielweite ähnlich weit. Noch dazu habe ich gesagt, die Wahrscheinlichkeit ist jetzt übersichtlich groß, das klingt nicht sehr gut. Also für mich ist das eine tolle Short-Idee, aber in der Praxis, in der Umsetzung nichts, was ich mache. Also deshalb, ich hätte das anders gesehen, wenn der Rücksetzer nur bis hierhin gelaufen ist, dann sind die Wahrscheinlichkeiten deutlich höher und typischerweise wahrscheinlich auch das Chance-Risiko-Verhältnis noch deutlich besser, hier in diesem Fall nicht. Vielleicht gelingt euch aber im kürzerfristigen Chart, das will ich jetzt aber nicht durchexcessieren, das bewegt sich schneller, als ich hier quatschen kann. Falls ihr im kürzerfristigen Chart hier irgendwie sowas seht, könnt ihr natürlich versuchen, hier eine ähnliche Geschichte hier zu machen oder falls sich herausstellt, dass diese hintere Kerze, dass die gleich noch irgendwie eine Umkehrkerze wird, dann kann man natürlich sagen, komm, ich versuche das, mit einem relativ engen Stop bin ich ja dran und habe hier eine Möglichkeit. Viele von euch erinnern sich an unseren Tesla Long Trade, wir haben einige andere Alternativen herangebracht, wo das in dem Moment gut geklappt hat, das klappt aber trotzdem nicht immer gut, bei Tesla war es jetzt hervorragend, aber nicht, weil es immer gut klappt, sondern weil es oft genug klappt, dann allerdings auf einmal ein solches Chance-Risiko- Verhältnis hat und schon reicht es, wenn wir hier ein Signal für Wende haben, dass man sagt, okay, die Wahrscheinlichkeit ist nicht ganz schlecht, die Trefferquote, dass das so passiert, ist nicht schlecht und das Chance-Risiko- Verhältnis ist zu unseren Gunsten. Dafür bräuchten wir jetzt hier noch die Wendekerze, das können wir jetzt nochmal schnell abwarten, dann haben wir hier eine Idee, also, naja, wunderschön sieht sie nicht aus, doch so wie sie ist, jetzt haben wir sie, also ein möglicher Trigger wäre hier, das kriegt ihr als Video viel zu spät, das werdet ihr zeitnah nicht mehr bekommen, bis ich das gesendet habe, gleich ist das rum, es ist aber eine Trading-Idee, die man verfolgen kann, nicht, weil sie immer gut klappt, aber weil sie so häufig gut klappt, dass sie bei den Chance-Risiko- Verhältnissen okay ist. Ich möchte, dass ihr das versteht, dass ihr das nachvollziehen könnt, dass es uns Händler nicht darum geht, hey Leute, ich weiß genau, was passiert, das wird jetzt 100% so passieren, das ist wie viele häufig schreiben bei Chart-Technik, Kaffeesatzleserei, darum geht es nicht, was wir hier gekonnt haben, ist die Gestaltung so vorzunehmen, dass Chance-Risiko und Trefferquote zu unseren Gunsten gestaltet ist, dass es vorteilhaft ist für uns, keine Gewinngarantie, aber eben vorteilhaft. So, getriggert sind wir noch nicht, vielleicht habt ihr die Gelegenheit, das nachträglich ein bisschen anzugucken, dann könnt ihr da mal ein wenig Manöverkritik machen, wie gesagt, es geht nicht darum, dass die immer gut gehen, aber sie bieten eben eine Möglichkeit, was war die starke Richtung, was ist die verhältnismäßig schwache Richtung, wie sind die Gestaltungen mit Chance-Risiko-Verhältnisse und so weiter, vielleicht kann ich da was draus tun. Zusammengefasst allerdings rede ich hier tatsächlich nur von Interim-Shorts, übergeordnet bin ich Bullisch, ich hatte die 38.000 ja schon erwähnt und beim DAX, naja, da hat sich auch nichts geändert, da werden wir nochmal die Allzeithochs, die haben wir ja hier schon einmal durchstoßen, wieder angreifen, also es gibt bald neue Allzeithochs, das behaupte ich jetzt einfach mal, aber halte ich für sehr realistisch, wir haben im kleinen hier im 4-Stunden-Chart ja schon wieder irgendwie sowas, wo man sagen kann, es sieht in diese Richtung aus und wir haben ja schon gesagt, 18.000 scheint mir sehr realistisch, einfach aufgrund der Verlaufsmuster, die wir hier haben, würde ich sagen, dass das, was wir hier vorne haben, also dieses Teilstück da hinten nochmal passiert, ist glaube ich nicht super unrealistisch und führt eben auf die genannten Marken da oben, also mit Chancen auf mehr, es ist nicht gesagt, dass es da oben dann drehen muss, 18.000 gesehen und umdrehen, aber es wird dann recht realistisch möglich, das müssen wir uns da oben angucken, ob man dann drin bleiben sollte, ob man vielleicht die Stops nachzieht, ob man lieber die Gewinne mitnimmt, aber das können wir uns dann angucken, wenn wir da oben sind, im Moment macht das gar nicht so viel Sinn. Ansonsten, kurzer Blick auf den F-DAX, da sieht man nochmal nur ein bisschen Augentraining, der Schub hier hoch, das Wackelige hier runter und da seht ihr, das ist im Prinzip so, wie man sich das vorstellt. Bei einer Bullenflagge würde man das vereinfacht vielleicht darstellen, die Elliot-Freunde würden sagen, Impuls hoch, Korrektur runter und dementsprechend sehr gute Voraussetzungen, dass es weiter nach oben geht, also ihr seht schon, neue Allzeithochs sind quasi schon programmiert und man kann davon ausgehen, dass das in den nächsten vielen Stunden, also mehreren Stunden, vielen Stunden, morgen vielleicht dann erst, aber wie auch immer, vielleicht auch erst übermorgen passiert. Natürlich weiß man immer nie, ob da irgendwie was Böses passiert, deshalb egal, auch wenn ich so bullisch eingestellt bin, habt immer eins vor Augen, es kann anders kommen, arbeitet mit Positionsgrößen, die, wenn es nicht für euch läuft, euch nicht finanziell das Genick brechen. Damit müsst ihr immer rechnen, rechnet damit, dass ihr mehrere Trades, dass ihr viele Trades machen müsst und die Summe dieser vielen Trades positiv sind. Das ist das Geheimnis eigentlich, was man als Händler haben muss, nicht die Erwartungshaltung. Ich brauche den einen Tipp, der jetzt vorteilhaft ist, denn das wäre tatsächlich Kaffeesatzleserei. In diesem Sinne euch alles Gute und toi toi toi.